In diesem Video werden wir uns jetzt kurz die Oberfläche von OneNote anschauen und einige nützliche Hintergrundinformationen zu dem Programm erhalten. Zunächst mal habe ich hier immer noch mein synchronisiertes Notizbuch offen. Das sehe ich hier einfach an dem Titel. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze anpassen kann. Anpassen im Sinne von den Namen von unserem Notizbuch ändern. Sondern normalerweise kann man das ja in den meisten Windows-Programmen mit den Dateien ganz einfach tun. Auch innerhalb des Programms. Bei OneNote ist das Ganze etwas, ich möchte nicht sagen umständlicher, aber eben anders, als man das gewohnt ist. Wenn ich also zum Beispiel hier rechts drauf klicke, habe ich andere Informationen. Ich kann mir den Synchronisierungsstatus anzeigen lassen. Also ob das Ganze automatisch synchronisiert werden soll bei einer Änderung. Ob ich das lieber manuell machen möchte oder ob ich alle meine Notizbücher auf einmal synchronisieren möchte. Bei mir ist das ausgewählt bei Änderung automatisch synchronisieren. Das hat einfach den Grund, dass ich natürlich nicht möchte, dass wenn ich auf meinem Laptop irgendeine Notiz hinzufüge, diese dann auf meinem Arbeitsrechner nicht angezeigt wird. Ich schließe das eben wieder und dann sehen wir, wenn ich nochmal drauf klicke, dass ich hier drei Notizbücher habe. Ich könnte hier auch schnell eins hinzufügen. Ich könnte aber auch einfach von einem Notizbuch zum anderen wechseln. Alles überhaupt kein Problem. So, wir sehen immer dann kurz dieses Symbol unten links an unserem Notizbuch. Das bedeutet einfach, dass das Ganze mit unserem OneDrive synchronisiert wird. Wenn ich jetzt also den Namen von unserem Notizbuch ändern möchte, weil synchronisiertes Notizbuch, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll, sollte einfach nur zeigen, dass das Ganze mit OneDrive eben in der Cloud gespeichert ist. Ich muss einfach nur hier oben auf Datei klicken, auf mein Notizbuchinformationen, mir das Ganze einfach nochmal genauer ansehen. Ich möchte also das Synchronisierte, dieses Rosane anpassen. Also klicke ich auf die Einstellungen, Eigenschaften und kann hier das Ganze umbenennen. Ich nenne das jetzt einfach mal Arbeitsnotizen und dann kann ich natürlich hier, wenn ich möchte, die Farbe von Pink auf Gelb, Blau, Grün oder sonst irgendetwas ändern. Den Speicherort kann ich hier natürlich auch anpassen. Ich bleibe aber ganz normal bei meinem OneDrive. So, ich drücke OK und wir sehen, der Name meines Notizbuchs hat sich geändert. Diese Ansicht hier mit den drei Notizbüchern ist etwas, das wir in OneNote sehr oft verwenden werden. Denn wer einmal angefangen hat, nicht mehr auf Papier zu schreiben, sondern OneNote für seine Notizen zu verwenden, der wird so schnell das Ganze nicht mehr lassen. Ich möchte jetzt einfach mal kurz meinen Windows Explorer aufmachen, im Dokumenteordner meine OneNote Notizbücherdateien kurz zeigen. Denn hier habe ich mein lokales Notizbuch und ich sehe hier zwei Dateien im OneNote Format. Was das Ganze jetzt etwas anders macht, als eben aus den normalen Windows-Programmen wie Word, PowerPoint oder Excel, ist, dass wir in der Regel sehr, sehr selten eigene Notizbücher, also OneNote Dateien, separat öffnen. Stattdessen öffnen wir einfach das Programm und haben hier unsere vertraute Ansicht, in der wir die Notizbücher durchsuchen können. Oder aber über das Dateimenü hier unsere Notizbücher einsehen können. So, das ist einfach dem Fakt geschuldet, dass wir in OneNote nicht mit einzelnen Dateien per se arbeiten, sondern eben wirklich Notizbüchern. Und jetzt macht das natürlich Sinn, dass ich im Gegensatz zu Word oder Excel nicht so viele einzelne Bücher haben werde, wie ich beispielsweise Word-Dateien habe. Stattdessen fasse ich alle Informationen innerhalb meines Notizbuchs in Abschnitten und Seiten zusammen. Deshalb, einfach nur so ein Fakt aus der Praxis, man braucht nicht viele OneNote Dateien, man muss sie nur ordentlich organisieren. Genau das werden wir in diesem Kurs lernen und uns im Detail ansehen. Wir haben jetzt also unser Demo-Notizbuch umbenannt in Arbeitsnotizen. Jetzt sehen wir hier, dass wenn ich hier reinklicke, der Cursor recht groß erscheint. Das ist, weil es sich hier oben um den Seitentitel handelt. Im rechten Menü sehen wir, hier haben wir Seite ohne Titel. Was bedeutet das? OneNote ist ja gewissermaßen auch einfach ein visuelles Tool für uns, um unsere Notizen zu organisieren. Dabei können wir allerdings Abschnitte und eben auch Seiten verwenden. Wenn wir unserer Seite jetzt einfach mal einen Namen geben, beispielsweise wichtige Notizen, dann sehen wir, hier rechts im Menü erscheint der Titel sofort auch innerhalb unserer Tabs. Wenn wir hier verschiedene Seiten hinzufügen, können wir einfach jetzt mal machen, dann sehen wir sofort, hier erscheint nochmal eine Seite ohne Titel. Machen wir einfach mal weniger wichtige Notizen. Und dann sehen wir hier, innerhalb von unserem Menü, haben wir jetzt unsere wichtigen Notizen und unsere weniger wichtigen Notizen. Wir können das Ganze durchswitchen und haben dann mehr oder weniger hier unsere Ansicht, auf der wir unsere einzelnen Elemente platzieren können. Dann haben wir hier oben diese Abschnitte. Das sieht in etwa so aus wie Reiter, die man in einem Ordner hat, um einzelne Abschnitte voneinander zu trennen. Wir haben hier den neuen Abschnitt 1, den können wir natürlich auch umbenennen. Sagen wir einfach mal wichtiger Abschnitt, dann können wir hier einen weiteren hinzufügen. Weniger wichtig, alles nur exemplarisch, versteht sich. Und dann können wir hier oben, wie man es aus dem Browser kennt, zwischen den Abschnitten problemlos wechseln. Wir können gleichzeitig innerhalb eines Abschnitts dann zwischen den Seiten switchen und haben so schon mal eine grundlegende Struktur, die wir verwenden können. Wir können dann innerhalb der Seiten einfach auch mit einem Rechtsklick die Seite umbenennen. Wir können sie löschen. Wir können sie kopieren. Wir können einen Link zu der Seite kopieren. Das werden wir allerdings später noch genauer ansehen, wie wir dann innerhalb unseres Dokuments uns navigieren können. Wir können das Ganze aber auch verschieben oder kopieren. Wenn ich das tue, dann habe ich diese Option. Ich kann meine Seite mit den weniger wichtigen Notizen in ein anderes Notizbuch kopieren oder verschieben. Ich kann aber auch hier mein Arbeitsnotizen-Notebook ausklappen. Wir sehen hier, wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr einfach auf das Plus drücken. Dann haben wir den wichtigen Abschnitt. Wir haben den weniger wichtigen Abschnitt, also quasi unsere Browser-Tabs und können unsere weniger wichtigen Notizen in den weniger wichtigen Abschnitt verschieben. Wenn ich das tue, dann sehen wir, die Seite existiert in meinem wichtigen Abschnitt nicht mehr. Wenn ich den Abschnitt wechsle, haben wir hier eine Seite ohne Titel. Die legt es uns standardmäßig an und unsere weniger wichtigen Notizen, die wir eben verschoben haben. Das ist einfach super praktisch, besonders wenn man sich vielleicht mal eine Vorlage angelegt hat, die man in einem anderen Abschnitt einfach verwenden möchte oder gegebenenfalls auch in einem anderen Notizbuch. Wir wissen jetzt also, wie wir unsere Notizbücher umbenennen können. Wir wissen, wo wir die Notizbücher ändern können ohne Probleme. Wir wissen außerdem, was Abschnitte sind und dass wir einzelne Seiten innerhalb unserer Abschnitte anlegen, kopieren und verschieben können.